Oh, wir sind auch fast an der 63 dran. Juhu, dann kann es ja direkt weitergehen. Geil, ich bin begeistert. Ne, aber für die 63 schaue ich aufs Screen, was wir haben wollen, was wir wie machen. Das muss jetzt nicht auch noch sein. Ich will bald auch ganz gerne mal in der Story wieder weitermachen. Oder zumindest Nebenquests oder sowas. Weil langsam ist wirklich echt mal gefühlt gut. Wo gehe ich denn hin? So, erstmal die beiden. Hätten wir das auch geklärt? Ja, 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 ist ja gut. Braves Hündchen, braves Hündchen. Ups. So, und jetzt sie mit dem Noob. Was würde das werden? Das meine ich Lachesis. Okay. Ja, ich meine, wir brauchen ein Airtys zwar für, äh, wie hieß denn noch, Siegfried, aber dafür auch war ich kein von den beiden hier. So, das sieht gut aus. Ja, ja, von mir aus, das und das, 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 das. Oh, du hast ja richtig viel gutes Zeug dabei. Dann muss ich doch mal schauen. Äh, Wiedergewinnung hätte ich ganz gerne dabei. So, das weg. Ja, und, und denke ich, passt das. Ja, sehr schön. Da fehlt immer noch was. Äh. Ich wollte schon sagen, da habe ich jetzt einfach nur einen Block gesehen. Und weil da Femm steht, habe ich gedacht, jetzt, okay, ein weiblicher Block, wie auch immer. Aber das scheint irgendeine Art Frau zu sein. Wir werden sie bestimmt gleich sehen können. Level 64 soll sie sein. Level 64. Hier, Arthropos wird's sein. Ja, das ist sie. Wird einfach. Cool. Ach ja, Ananta. Das Vieh habe ich schon wieder komplett ausgeblendet, aber sowas von. Oh. Sehr gut. Dann machen wir das. Besorgen uns einen Nagaraya. Und dann haben wir das auch erledigt. Den, ne, der, der hat so viel, den will ich da nicht rein. Der verliert so viel. Einen Nagaraya, der ist ja auch schnell geholt. Oh, was freue ich mich, wenn wir das gleich hinter uns haben. Äh, da hin? Ich glaube, da hin, ne? Ja, genau hier wollte ich hin. Sehr gut. Da unten steht nämlich einer. Im 3er-Pack. Wind und Feuer. Da hat's hier sogar beides. Können wir eigentlich mal schauen, was stärker ist. 635. Es sei denn, er kommt jetzt mit. Äh, nö. Welche Kreatur? Ja, dafür stirbst du gleich. Pech gehabt. Ah, nö. Ah, nö. Ah, nö. Ach so. So, 635 machen das. So viel zu brechige Kreatur. Okay, Wind ist stärker. Warum auch immer. Sei so gut und sage mir, äh, nein, immer noch nicht. Würde es dich schmerzen, mich zu töten? Nö. Geht es um mein Leben. Äh, ich will ihn rasch mit einem Handel besänftigen. Kohle, nimm was anderes. Ja, ja, nimm MP von mir aus. Nehmen wir was anderes. Großes Stück HP von mir aus. Hast du genug oder? Ja, sehr schön. Dann hätten wir das auch geklärt. So, jetzt bin ich aber auch sehr froh, dass es endlich weitergehen kann. Das war schon belastend. Zu wissen, man kann nicht weiter, in Anführungsstrichen, kann nicht weiterspielen. Ohne, dass man sich jetzt erstmal irgendwie eine richtige Liste macht oder Kopfzerbrechen macht, was man wie zusammen fusioniert. Oh, nee, das ist... Da gehe ich lieber in die Zweierfusion. Ach, Simon, man könnte die weg fusionieren. Zu einem Fafnir. Äh, wir hätten gerne den hier. Orobus, nee, wollen wir nicht. Wir brauchen hier keinen Oropax. Nehmen wir das und... Du hast jetzt haufenweise Füllenkram, keine Ahnung, dann nimm das. Von mir aus noch, äh... Alles nicht so doll hier, keine Ahnung, das. Wirklich alles nicht so doll. Ja, dann nimm die beiden hier noch mit, keine Ahnung, so. Hätt' ich. Ja, ich... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Köpfe. 7 Tage, 7 Köpfe. Wer kennt das denn noch? Wahrscheinlich kaum noch jemand, oder? 7 Tage, 7 Köpfe. Okay, das heißt, wir haben jetzt auch sogar die schweren Fusion zusammenbekommen. Das ist, das ist cool. Da freue ich mich sehr drüber. Gut, 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 endlich raus. So, dann geht's jetzt wieder zurück. Da hin, ja. Gut, da werden wir, ich speicher nochmal drüber. So, wenn ich mich diesmal nicht wieder verklicke. Achso. Äh, Quests. So. Äh, nein, das ist es nicht. Ah, da fehlen noch drei, okay. Nein. Das ist es, ne? Genau. Da kriegen wir zweimal Hauch der Stärke, das ist cool. Ja, 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 genau. Mit ihm sprechen. So, ich hab's ja alle schon mal vorgelesen. Ja, annehmen. So, äh, achso, stimmt. Äh, danke. Ich wusste gleich, dass du der Richtige für mein Anliegen warst. Der Alte, der ein kleines Lektionchen benötigt, ist ein Amazukami namens Futsunushi. Begib dich zum Ueno Park. Dort ist er irgendwo. Öffne ihm die Augen mit ein paar beherzten Ohrfeigen. Und wenn dir das gelingt, könnte ich mich dir anschließen. Das wäre doch lustig, oder? Nee, ich will dich echt gar nicht haben. Du bist so hässlich. Äh, Quest. Hauch der Magie. Ja, Hauch der Stärke ist mir ehrlich gesagt lieber. Aber wir schauen uns den Typen trotzdem mal an. Wo ist denn der? Beim See, hat er gesagt. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Nee, ich schaue lieber noch mal kurz in die Quest rein. Umayabashi. Achso, das ist die Quest Quell. Ach, verdammt. Ja, das hier ist ein See, ne? Irgendwo hier wird er sein. Mal gucken. Norden ist so ein Typ zum Sprechen und links ist irgendwas. Schauen wir uns erst mal das hier an. Ne, ihr wart das glaube ich mit Abaddon, ne? Ja. Wenn du dich in Richtung Ueno Park begibst und den Park durchquerst, kannst du seinen gewaltigen Körper unmöglich verfehlen. Ach, ist das vielleicht dieses riesige Vieh, was wir da gesehen haben, wo ich gedacht habe, das ist bestimmt ein Boss-Mob. Ne. In Richtung Park und Park durchqueren. Was weiß ich denn, was hier im Park sein soll. Sehe ich vielleicht beim nächsten Mal auf der Karte. Ich glaube jedenfalls nicht, dass es das Müllschluckervieh da vorne ist. Theoretisch. Das wäre auf jeden Fall merkartig. Das war Sarah's Warty, ne? Genau. Ja. Was haben wir hier? Was ist denn das? Ach, so ein Vieh, okay. Und das ist das. Ach so, hier. Okay, ich weiß. Ja. Toll, hätte ich das mal vorgesehen, dann hätte ich die einfach so rekrutiert alle. Müll. Ach komm schon mal, ich wollte jetzt wissen, wo der Typ ist. Das da? Eigentlich nicht. Der Park. Was ist hier von dem Park? Ganz ehrlich, hier ist kein Park. Muss ich jetzt echt nochmal neu laden, um zu schauen, wo dieser verdammte Questgeber ist, ey? Ah, mit R kommt man in einen Lock. Nee. R. Ich drücke den Knopf, aber es passiert nichts. So viel dazu. Ach so, damit kann man vielleicht einfach nur scrollen, das kann sein. Toll. Ah, Moment. Die haben die Quest ja noch. Quest Ueno Park. Ja, da muss man sich ja hin teleportieren können. Der Ueno Park. Dann ist es doch das Ding, okay. Dann können wir da eigentlich auch von hier aus hin rennen. Da lang. So, hier so die Richtung. Ich will mir ja nur angucken, was das für ein Typ wähle dann. Ich habe deswegen ja extra vorher gespeichert. Und jetzt im Grunde irgendwie dahinter. Gehen wir mal hier lang. Meinetwegen auch noch hier hoch. Ich glaube zwar nicht, dass wir das... Oh doch. So, ich denke, das müsste der Typ hier sein. Da ist ein Fafnir, aber... Verdammt, das ist der Hippon Dartrass. Das ist er nicht. Schmiede. Ach so, ja, Drachenschuppe. Dann ist er das gar nicht. Da unten vielleicht dann. Wenn das da der Park ist, ist das wahrscheinlich nicht hier oben. Aber bevor es das nachher doch ist, dingle ich da lieber jetzt nochmal vorbei. Hm. Die machen es einem aber auch nicht einfach hier mit den Wegen. Ich glaube, da ist es nichts dabei. Vielen Dank.